KUTAN Immobilien, meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. Heute Abend am 16. April 2019 um 21 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand in der Bereuter Straße in Ludwigshafen. Aufgrund des schnellen Einsatzes der Ludwigshafener Berufsfeuerwehr war das Feuer, das im 2. OG einer Wohnung ausbrach, rasch unter Kontrolle gebracht. Dadurch wurde das Ausbreiten der Flammen auf die Nachbarwohnungen bzw. auf die darüberliegenden Wohnungen verhindert. Die Brandursache steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es gab mehrere Verletzte. Die genaue Anzahl kann man aktuell noch nicht bestimmen. Ebenso die Schwere der Verletzungen. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Aktuell ist die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten vor Ort. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Polizei, Notärzte sowie Rettungsdienste. Metropolregion Rhein-Neckar-News wird nachberichten. Ausbreiten Untertitelung